Kick-Tipp AFM VfB Unter halb neunzen zum Vorbericht zum Spiel gegen den BFC Dynamo im DFB-Pokal Samstag 15.30 beginnt die Pflichtspielsaison so richtig bei uns. Erstmal die große Frage, was geht hier eigentlich ab? Es ist nicht Hansa Rostock, es wurde nicht zum vierten Mal in Folge Hansa Rostock, trotzdem ist die Anreise für den VfB wieder weit, auch nach Cottbus Rostock, Hamwels Berlin. Die Prävision wurde eingelegt von Blau-Weiß-90 Berlin, wurde zurückgewiesen, deswegen sind sie jetzt am Start, waren auch schon unser Gegner in der ersten Pokal-Runde 2013-2014. Historisch hatte der Verein in der DDR in den 70ern und 80ern so ein bisschen die größten Erfolge. Dann mit der Wende kam auch der sportliche Abstieg und dann sind sie 2013-2014 ohne Niederlage, also sehr stark aufgestiegen in die Regionalliga Nordost, vierte Liga und da sind sie auch seither. Letzte Saison siebter, davor sechster, zwölfter, vierter, fünfzehnter, vierter und fünfter. Aktuell auch sehr gut drauf, haben wir schon gestartet, erster Platz mit drei Siegen aus drei Spielen und plus sechs Torverhältnis. Negativer aufgefallen sind sie beispielsweise im Heimspiel gegen Cottbus, da gab es leider rassistische Beleidigungen gegen den Spieler Malcolm Badu und das halt im eigenen Stadion. Also im Sportforum Holenschönhausen heißt es, wird wohl auch nicht ganz umsonst öfter mal als ehemaliger Stasi-Klub und das Stadion so ein bisschen als Nazi-Tempel bezeichnet. Also ein Verein mit Fans, der durchaus, ja, was durchaus kritisch betrachtet werden kann, was da so abgeht. Aktuell sind 2000 Zuschauer zugelassen, ich glaube 12.000 passen maximal rein, aber es gibt einen Antrag auf 3.800 Zuschauer. Mal gucken, wie viele am Samstag am Start sind. Die letzten direkten Duelle, wie gesagt, schon vor acht Jahren gab es genau die gleiche Partie auch in der ersten Pokalrunde. Damals 0-2-Auswärtssieg durch zwei Tore von Vedat Ibisevic. Bei uns dauert es in der Startelf, ich will es noch dazu sagen, weil ich es einfach so feierbar finde. Ulreich, Niedermeyer, Sakai, Schwab, Taski, Gentner, Maxim, Kakao, Ibisevic, Trauré, Leitner. Unfassbar und es war auch dazu noch die Saison nach dem Pokalfinale, waren wir ja 2013 gegen die Bayern im Pokalfinale. Hier gibt es natürlich jetzt nicht eine Tabellensituation oder so etwas oder Großes oder Vergleichbares. Wir stehen auch am Anfang der Saison, machen wir so ein bisschen Pokalrückblick, schauen uns den Pokal an von unseren beiden Mannschaften eben. Dynamo hat ja noch nie weit gekommen. Also nach zwei Saisons Pausen sind sie zurück in der ersten Runde im Pokal. 18-19 1-0 gegen Köln, 17-18 0-2 gegen Schalke und 15-16 0-2 gegen FSV Frankfurt. Und wir letzten drei Saisons war Achtelfinale, Achtelfinale und eben erste Runde aus in Rostock. Kommen wir zum Startelf-Tipp, der sowieso schon immer schwer ist zu machen, aber natürlich jetzt noch schwerer. Wegen diesen ganzen Unklarheiten, wer fällt es aus mit Corona, mit Verletzungen, wie auch immer, eben nach diesem Barca-Spiel, wo wir nur acht Profis am Start hatten, mit Vorsichtsmaßnahmen hier und da und eben auch Saisonbeginn. So, deswegen, ich tippe mal, dass Bredlow im Tor steht. Gute Leistungen gezeigt und ich kann ganz schön vorstellen, dass Müller auch im Tor stehen könnte, aber vielleicht kommt es auch zu früh. Vielleicht gibt er einfach nochmal dem Bredlow das eigene Spiel so ein bisschen als Belohnung. Verteidigung sollte am Start sein. Kempf, Anto Mafropanus, so ein bisschen die Stammverteidigung sollte zumindest da sein. Mittelfeld, klar. Mangala fehlt. Armada, meine ich, ist auch nicht fit. Also wird wohl kein Weg an Nathai vorbei, für mich mal tippen. Daneben eben die Frage, ja, wer kommt daneben? Du kannst einen Karasow da hinsetzen. Ich würde aber tatsächlich eher einen Clemens sehen wollen da, weil mir einfach Karasow, wenn er spielen sollte, eher in der Innenverteidigung gefällt als im Mittelfeld. Maier auch kleinere Außenseiter-Chancen. Mal sehen, wie viele Jugendspieler diesmal dabei sind. Links und rechts ist dann wieder recht klar eigentlich. Also Sosa links, Massimo rechts, weil rechts oder auf dem Flügeln fehlen Silas, Führig, Cissé und so weiter. Koulibaly, weiß ich nicht, habe ich nicht so einen Einblick, wie stark der gerade ist. Deswegen sehe ich den da auch nicht in der Startelf. Davor dann auch recht sicher. Förster und Didavi einfach gestanden. Bejas auch nicht, weil der laut Schülker-Nachrichten tatsächlich erst ab dem 29. August, da wird er 18, wohl erst ab da spielberechtigt ist. Also der könnte noch gar nicht eingesetzt werden und würde er sowieso langsam rangefüller. Also wir können es nicht erwarten, dass Sanko, Bejas, Koul, wie sie alle heißen, Ito, vom ersten Spieltag an jeder 90 Minuten macht. Also das sind ein paar Einzelne zu bekommen, tippe ich mal schon. Aber die Startelf wird nicht gefüllt sein mit denen. Klimovic ist auch möglich, aber ja, keine Ahnung, auch zu wenig zugehört. Und ich glaube auch, ja, weiß auch nicht, ob der zur Verfügung steht. Also viele Fragezeichen in diesem Startelf-Tipp sind gar nicht reingesetzt. Vorne sehe ich auch einen Sanko noch nicht in der Startelf. Deswegen steht da tatsächlich mal Hamadi Al-Gadoui drin, weil ja auch Kalajic wohl weiter wegen Corona raus ist. Und damit steht die erste Startelf 2021-2022. Und gerade frisch, bevor ich das Video exportieren wollte, kommt die News noch rein vom Kicker. Koulibaly und Nathai sind die beiden zunächst unbekannten Corona-Fälle, die zwei Stück. Heißt, aus dem Startelf-Tipp rotiert Nathai raus und einfach Karasso rein für ihn. Kommen wir zur Prognose. Natürlich auch wieder die Abstimmung im Community-Tab. Ihr kennt es aus der letzten Saison auch noch. Nur diesmal Sieg oder in der Lage. Unschieden gibt es ja nicht. Klarer Pflichtsieg. Also musst du holen. Erste Runde im Pokal. Ganz klare Geschichte. Klar, die sind jetzt ein bisschen mehr im Rhythmus. Liga schon angefangen, aber sind da auch gut unterwegs. Aber wir sind immer noch Bundesligist. Das ist immer noch Erste gegen Vierte Liga. Auch mal hier rausgesucht, 1,51 Millionen Marktwert vom Gesamtteam von denen gegen 164,80 Millionen bei uns. Also, und ich tippe es einfach mal tatsächlich, wie die Prognose aus 2013, 2014, weil ich jetzt nicht glaube, dass das ein allzu spektakuläres Spiel wird. Tipp auf einen recht entspannten 0-2 Sieg hoffentlich. Gerne von euch die Tipps und Meinungen und alles ab in die Kommentare. Und wie angekündigt, gibt es auch ein Tippspiel dieses Jahr. Und wir sind nochmal einen Ticken früher dran als gefühlt zwei Stunden vor Anpfiff mit dem EM-Tippspiel, so ein bisschen mit Nico zusammen. Deswegen, Kick, Tipp, AFM, VfB, also recht simpel. Link ist auch ganz oben in den Quellen in der Videobeschreibung zu finden. Also, kostenlos, alle rein da, Bonustipps machen. Hab Bock, wenn wir wirklich eine dicke Tippspielrunde zusammen bekommen. Und damit war es das von diesem Vorbericht, der so ein bisschen, ja, auf die Schnelle quasi passiert ist zwischen den Schichten von meinem Ferienjob aktuell. Deswegen auch so ein bisschen do-it-yourself mäßig. Also, es wird sich bestimmt noch was ändern am Setup. Und generell sowieso, ihr kennt es ja, vor jeder neuen Saison auch ein paar neue Layouts, neue Ideen und so weiter und so fort. Das wird alles noch kommen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.